Herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen zum Körber History Forum an die Zuschauer des Livestreams auf spiegel.de. Die nächste Veranstaltung findet statt im Rahmen einer Reihe, die die Körber Stiftung gemeinsam mit dem Spiegel durchführt unter dem Titel Frieden machen. Und im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe ist unser wiederkehrender Gast, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Wolfgang Ischinger gewesen. Wir freuen uns, dass er auch heute wieder bei uns hier auf der Bühne ist. Als seinen Gesprächspartner haben wir den Marburger Historiker Eckart Konze gewinnen können und die Moderation macht Dirk Kurbioweit vom Spiegel. Uns interessiert insbesondere im Rahmen dieses Panels die zeitgenössische und heutige Wahrnehmung des Versailler Friedensvertrages und aber auch darüber hinaus der Pariser Friedensordnung, wie sie ab 1919 entwickelt wurde, die internationale Sicherheitsarchitektur der Zwischenkriegszeit und warum diese letztlich gescheitert ist, wenn man das so sagen kann. Und daran knüpft sich die Frage an, gibt es Lehren, die wir daraus ziehen können. Mit diesen Worten übergebe ich bereits das Wort an Dirk Kurbioweit. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank, wir drei hier oben. Wir freuen uns, dass wir hier sind und miteinander diskutieren und am Ende in den letzten 20 Minuten dann auch mit Ihnen gerne. Herr Konze, versetzen wir uns mal zum Auftakt in die Stimmung der Zeit damals vor 100 Jahren im Sommer 1919. Versailles ist unterschrieben von den Deutschen. Wie war die Stimmung damals in Europa, in der Welt? Waren die Menschen erleichtert? Hatten Sie Hoffnung, dass hiermit eine lange Phase des Friedens beginnen kann? Die Menschen waren erleichtert, das ist sicherlich richtig und das nicht erst im Sommer 1919, sondern auch schon im Herbst, im Winter 1918, 1919 nach dem Ende des Krieges. Aber die Menschen waren nicht zufrieden mit dem Frieden, der in Versailles am 28. Juni und dann aber auch in den anderen Friedensverträgen von Paris in den Monaten danach unterschrieben worden war, weil die Ansprüche und Erwartungen, die aus unterschiedlichen Richtungen, aus unterschiedlichen Gesellschaften, aus unterschiedlichen Staaten an diesen Friedensschluss herangetragen wurden. Und so haben das alle wichtigen Beteiligten gesehen, nicht erfüllt worden waren und auch nicht erfüllt werden konnten vermutlich vor dem Hintergrund der Erfahrungen des zurückliegenden Krieges seit 1914. Herr Ischinger, wie ist das heute? Wie begegnet Ihnen Versailles in der Sicherheitscommunity? Wird darüber gesprochen? Ist es quasi ein Mahnmal? Sagt man so, darf es nie wieder werden, weil Versailles irgendwo ja auch zu Hitler und der nächsten Katastrophe geführt hat. Also wie begegnet Ihnen Versailles heute? Na ja, ich glaube, wenn wir verantwortlich als Diplomaten oder Politiker mit der Gegenwart oder der Zukunft umgehen wollen, müssen wir natürlich schon versuchen, die erkennbaren Lehren aus Vorgängen wie Versailles zu ziehen. Eine solche Lehre lautet, jedenfalls nach meinem Dafürhalten, Resbizephinem, sagte mal ein früherer Vorgesetzter von mir, also bedenke das Ende. Diplomatie ist schlechte Diplomatie, wenn Sie nur ein kurzfristiges Ziel, also in diesem Fall Unterwerfung, Reparationsforderungen, das war ein Teil des Versailles-Vorgangs, zum Ziel hat, sondern Sie muss längerfristig denken. Haben wir uns diese Lehre zu eigen gemacht? Bis heute zu wenig. Wir haben es wahrscheinlich ein kleines bisschen zu wenig im Blick gehabt bei den Vorgängen nach 1989, 90, Umgang mit der zerfallenen Sowjetunion und ihren schmerzhaften Veränderungsprozessen. Ich denke, wir haben es auch in der jüngsten Vergangenheit natürlich zum Teil aus dem Blick verloren. Ich denke an solche Vorgänge wie den Umgang mit dem Gaddafi-Regime vor jetzt sieben Jahren oder acht Jahren. Also langfristig denken und nicht nur etwa an das kurzfristige Ende einer militärischen Auseinandersetzung denken und den kurzfristigen Ertrag, sondern die Frage muss sein, wie kann ich verhindern, dass so etwas wiedergeschehen kann, wie kann ich eine stabile Ordnung erstellen. Und dann mein letztes Wort dazu wäre, und das ist auch eine Lehre aus Versailles, funktionieren tut es wahrscheinlich dann leichter, wenn man imstande ist, erstens feste und von allen akzeptierte Regeln zu etablieren und zweitens Institutionen zu kreieren, Institutionen zu schaffen und die so auszustatten, dass sie auch von allen akzeptiert und gestärkt werden. Das ist nach dem Ersten Weltkrieg eben in Versailles nicht gelungen, Stichwort Völkerbund. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, siehe Vereinten Nationen, aber natürlich nicht gut genug, weil die Vereinten Nationen eben leider die Erwartungen, die man an sie gesetzt hat, als das friedensschlichtende und konfliktverhindernde Weltorgan, leider auch jetzt in unserer aktuellen Gegenwart nicht erfüllen können. Also Versailles, die Lehren wirken weiter, ob wir sie ganz aufgenommen haben, da habe ich so meine Zweifel. Gehen wir mal einige Aspekte durch der damaligen Verhandlung und ein wichtiger Aspekt ist ja eine wiederkehrende politische Figur, das ist der Heilsbringer, das ist die Lichtgestalt und damals gab es die auch, und das war Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident. Er hat schon während des Krieges seine 14 Punkte verkündet, dann hat er später sich die Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker zu eigen gemacht. Als er in Europa eintraf, in Brest, die Massen haben gejubelt, ich glaube in Paris, als er ankam, Hunderttausende auf den Straßen, die Menschen dachten, das ist der Heilsbringer, der bringt uns in Frieden, und dann hat er sie enttäuscht. Er wird ja zunächst mal begrüßt, zwar auch als Heilsbringer, aber als derjenige, dessen Land sozusagen zum Ende dieses Krieges massiv beigetragen hatte seit 1917 und der nun sozusagen mit dem Gewicht der aufsteigenden Weltmacht, USA politisch, militärisch, aber nicht zuletzt auch ökonomisch, diese neue Weltordnung, die man am Ende des Weltkrieges zu schaffen bestrebt war, seinen Stempel aufprägen wollte. Das ist die Erwartung, in die sich aber einmal mehr sozusagen zunächst die Erleichterung mischt über das Ende des Krieges. Und dazu tragen dann überall in Europa natürlich diese Forderungen nach Selbstbestimmungsrecht, nach nationaler Selbstbestimmung bei, ohne dass man aber genau weiß, und selbst Wilsen ist, weiß das ja nicht, was meint eigentlich Selbstbestimmung, worauf bezieht sich das, ist das ein ethnisch bestimmter Begriff, ist das ein politisch bestimmter Begriff, lässt sich die Idee nationaler Selbstbestimmung auf bestimmte Territorien beziehen, ist Selbstbestimmung, Self-Determination, dasselbe wie Self-Government im amerikanischen, im angloamerikanischen Sinne. Das sind alles offene Fragen, die einfließen dann in die Pariser Verhandlungen, wie sie im Januar 1919 beginnen, aber in ihrer Komplexität und ihrer Anwendung nicht nur auf die europäische, sondern sozusagen auch die globale Ordnung, die den globalen Süden mit einbezieht, die imperial beherrschte Welt, in der Kürze der Zeit, auch unter dem Zeitdruck und Angesicht sozusagen der aufgestauten Erwartungshaltungen der nationalen, aber auch sozusagen einer zunehmend internationalen und globalen Öffentlichkeit, ja kaum umsetzbar und zu erfüllen sind. Also da liegt sozusagen das große Problem Wilsen, der übrigens dann natürlich auch noch, wie wir alle wissen, sozusagen den innenpolitischen Rückhalt verliert, den er ja bräuchte, auch sozusagen auf eigener Seite, im eigenen Hause, sozusagen seine Vorstellungen, seine Visionen auch umzusetzen, mit Blick auf den Völkerbund nicht zuletzt. Ja, der Senat ratifiziert die Verträge dann nicht, damit wird auch, nehmen die USA auch nicht teil am Völkerbund. Herr Ischinger, wir hatten vor 10, 12 Jahren tauchte wieder eine Lichtgestalt aus Amerika auf, ein Heilsbringer, der ebenfalls vorab mit sehr viel Jubel bedacht wurde. Sie wissen, Barack Obama, von ihm ist hier die Rede und Zehntausende hier in Berlin an der Siegessäule und viele dachten, dieser Mann wird sozusagen die Welt retten, die Welt besser machen und bekam den Friedensnobelpreis schon vorab, bevor er irgendwas geleistet hatte, also wieder mal sozusagen hohe Vorschusslorbeeren und wir wissen, dass er das nicht erfüllen konnte. Brauchen wir da einfach ein besseres Erwartungsmanagement in der Politik, wenn solche Figuren auftauchen? Na ja, ich denke, also ich hoffe jedenfalls, dass das Nobelkomitee sich bei dieser Vorabverleihung ein bisschen was gedacht hat. Unterstellen wir mal, dass das Nobelkomitee sich gedacht hat, wenn wir dem jetzt den Nobelpreis kriegen, dann sieht er aus wie so ein gekröntes Haupt und ist vielleicht leichter imstande, gegen Widerstände, die zu erwarten waren, diese Vision, die er ja rhetorisch unglaublich eindrucksvoll präsentiert hat, die berühmte Rede in Ägypten und verschiedene andere Reden auch hier in Europa, diese Vision auch tatsächlich umzusetzen. Also ich scheue ein bisschen davor zurück, dem Nobelkomitee zu unterstellen, dass sie sich solche Gedanken möglicherweise gar nicht gemacht haben. Und lassen Sie mich hinzufügen, mir ist dann allemal lieber, und ich will auch gleich sagen, warum, wenn in diesem Fall nicht nur ein paar Zehntausend, sondern das waren, ich war selber mit dabei, das waren wahrscheinlich eher 200.000, die da um die Siegessäule begeistert, den noch nicht mal förmlich zum Kandidaten der Republikaner nominierten Kandidaten Barack Obama berühmten. Das ist mir allemal lieber als so ein Kandidat, der uns eher mit Sorge, Ängsten, Missmut, Missfallen erfüllen muss, wie sein jetziger Nachfolger, der gegenwärtige Präsident. Und ich darf, ich lasse mich nur den Punkt hinzufügen, warum ist mir das sehr viel lieber? Ich glaube, ich bin ja selbst kein gelernter Historiker, aber ich habe mit Gewinn das Buch oder die Bücher von Heinrich August Winkeler gelesen, also mit der Überschrift Der lange Weg nach Westen. Und ich denke, für uns Deutsche ist sozusagen Amerika als, oder das Weiße Haus, als Symbol, Inbegriff des Westens in dieser Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, während wir den langen Weg nach Westen anpackten, ist das das Symbol gewesen, jedenfalls für meine Generation. Ein solches Symbol brauchten unsere britischen oder französischen Nachbarn nicht so sehr wie wir, weil sie davon ausgingen, vielleicht zu Recht davon ausgingen, sie sind der Westen. Sie brauchen nicht ein neues Symbol. Wir haben das Symbol schon dringend gebraucht und ich glaube, deswegen verlieren wir, wenn wir keinen Obama haben und keinen John F. Kennedy, sondern einen Donald Trump, verlieren wir die Fähigkeit, uns so richtig als Teil des Westens zu führen. Wo ist denn das Symbol? Ich sehe den Ersatz für das Weiße Haus, das City on the Hill, den sehe ich nirgendwo. Das heißt, ich würde behaupten, die Deutschen verlieren durch das, was sich ereignet hat in den transatlantischen Beziehungen, durch das, was sich im Weißen Haus nun abspielt, wesentlich mehr als das bei unseren britischen oder zum Beispiel französischen Partnern der Fall wäre. Aber das ist natürlich, wenn ich das kurz einwerfen darf, ein Verständnis von Westen oder auch von Westlichkeit, das sich sehr stark knüpft an eine politische, auch militärische Hegemonie, in diesem Falle der Vereinigten Staaten. Und sozusagen daraus resultiert die Frage im Niedergang dieser Hegemonie am Ende des American Century. Davon können wir vermutlich sprechen. Was passiert dann sozusagen mit diesen Ideen von Westlichkeit, die bei Winkler beispielsweise eine so zentrale Rolle spielen, wenn sie sich nicht mehr verbinden sozusagen mit einer existierenden und auch stark durchgesetzten amerikanischen Hegemonie. Das führt uns dann wieder zurück in die Zwischenkriegszeit, wo eben der Vision Wilsens der Rückzug folgte auf dem Fuß, sozusagen in eine Politik, nicht gleich zu Beginn der 20er Jahre, aber doch spätestens mit der Weltwirtschaftskrise, Politik des Isolationismus, was dann eben sozusagen nicht westlichen, illiberalen, antiliberalen Ideen und Kräften überall in Europa, nicht zuletzt in Weimar, Vorschub leistete. Also das ist sozusagen die Frage, auch an die Gegenwart. Genau, das ist die Frage, ob das nicht auch eine dann allerdings sehr bedrohliche Parallele sein könnte, denn wie Sie sagen, damals zogen sich die Amerikaner weitgehend zurück, überließen die Europäer sich selbst und wir wissen, wie das geändert ist und wir hatten einen Weltkrieg so. Und heute haben wir ja ähnliche Tendenzen in den USA über Trump, aber vorher auch schon ein bisschen. Wie sehen Sie das, Herr Ischinger, ist das eben vielleicht auch eine Bedrohung, dass der Westen einen Anführer braucht, der ihn leitet und natürlich mit kritischen Begleitern und wenn der aber wegfällt, dann ist sozusagen die Gefahr der Chaotisierung und letzten Endes eines neuen Krieges dann auch groß. Also ich glaube schon, in der Tat, wie Professor Konze sagt, der amerikanische Rückzug war das Todesurteil für das, was man sich erwarten konnte oder sich erwartet hatte als Herausbildung einer Friedensordnung. Europa ist sofort wieder in Konfrontation zerfallen. Ich denke, die Voraussetzungen, wenn man unterstellt, dass jetzt wieder ein historischer Rückzug statt, wir wissen ja noch nicht, ob das Trumpsche Vorgehen von Dauer ist, das ist ja noch nicht endgültig klar, aber unterstellen wir mal, dass das so ist, dass das von amerikanischen Wählern auch so gewollt ist, dann denke ich, ist aber ein ziemlich dramatischer Unterschied zwischen damals und heute der, dass wir heute schon eine Chance haben, die Werte des Westens, die Identität des Westens, die Rolle des Westens unter Umständen auch durch ein, hoffentlich auch weiterhin einiges Europa zumindest hilfsweise darstellen zu können. Das war damals völlig ausgeschlossen. Es gab in Europa nur Konfrontationen. Wir haben jetzt eine Europäische Union und ich finde die Frage verwegen, sehr mutig. Ich bin auch nicht sehr zuversichtlich, dass das zu schaffen ist, aber ich denke, wir müssen es für diesen Fall, dass es zu einem dauerhaften Rückzug der USA kommen sollte, müssen wir schon den Versuch unternehmen, dass 500 Millionen Europäer schon jetzt zusammengeführt in einer Europäischen Union, die sich ja als eine Wertegemeinschaft versteht, dass wir dann versuchen, diese Werte notfalls auch ohne die Unterstützung des Hegemons USA weiter zu tradieren und weiterzugeben oder zu schützen und zu bewahren. Ich halte es für eine Chance, die man gegebenenfalls unbedingt nützen sollte und eine sehr viel größere Chance natürlich als damals in den 20er oder gar 30er Jahren. Eines der Lieblingswörter, meiner Lieblingswörter aus der Geschichte ist das Wort Oblivionsklausel. Finde ich, kann man auch im Alltag häufiger mal anwenden. In der frühen Neuzeit wurde es oft in Friedensverträge geschrieben, zum Beispiel in Utrecht. Da hieß es einfach, wir vergessen das, was war und wir fangen neu an. Also man vergibt und vergisst, weil das ist die Grundlage des Neubeginns und genau damit hat man ja in Versailles gebrochen. Es gibt keine Oblivionsklausel, sondern man sagt, die Deutschen sind schuld und zwar nur die Deutschen sind schuld an diesem Krieg und das hatte natürlich dann drastische Folgen in Deutschland, das sich extrem gedemütigt fühlte. Was würden Sie sagen, eine Oblivionsklausel hätte das Versailles oder die Folgen von Versailles abwenden können? Das ist eine sehr theoretische Frage. Es war unter den Bedingungen dieses Krieges, dieser Kriegserfahrungen, dieses Krieges mit Millionen von Opfern überhaupt nicht denkbar über Vergeben und Vergessen im traditionellen Sinne nachzudenken. Diese Zeit war schlicht vorbei, dafür gab es tatsächlich überhaupt keine Chance und natürlich hat dann auch das Verhalten der Deutschen in Versailles dazu beigetragen, dass diese Frage der Kriegsschuld in einer Art und Weise moralisch aufgeladen wurde, bis hin dann eben zu dem berühmten Artikel 231 des Versailler Vertrages, dass also in keiner Weise daran mehr zu denken war, gewissermaßen zu einem Status quo ante vor 1914, wie auch immer, überzugehen. Das verbindet sich ja und das ist interessant, weil sich hier sozusagen auch ein Bogen in die Gegenwart schlagen lässt, mit ersten Versuchen damals gescheitert, sozusagen von Transitional Justice, von Völkerstrafrecht, der Versuch, Kriegsverbrechen, Kriegsverbrecher auch individuell sozusagen für ihr Handeln zu bestrafen, das scheitert, weil man den Deutschen das selbst überlässt in den frühen 20er Jahren. Das ist die Lehre, die man dann 1944, 1945 zieht, die führt in Richtung Nürnberg und in gewisser Weise wird diese Idee eben des gerade Nichtvergebens und Vergessens und auch einer individuellen strafrechtlichen Verantwortung ja dann in den 90er Jahren erst im Kontext Jugoslawien, ICTY, aber dann auch in den Verhandlungen zum römischen Statut und zum ICC wieder aufgenommen. Also Vergeben und Vergessen unter Bedingungen sozusagen auch moderner Öffentlichkeit, in Dynamiken moderner Öffentlichkeit schwerer als je zuvor, ein Ding der Unmöglichkeit. In der Transitional Justice-Forschung natürlich ein ganz großes Thema. Versöhnungskommissionen, Wahrheitskommissionen einerseits, völkerstrafrechtliche Ahndung von Verbrechen andererseits. Die Spannung, die Ambivalenz ist ja bis heute mit uns in verschiedensten Diskussionen. Genau und ist es nicht heute, wäre es nicht in manchen Fällen vielleicht sogar sinnvoll, da zurückzukehren zur Oblivionsklausel und tut man es nicht sogar ein bisschen? Zum Beispiel in Afghanistan, wo es ja auch lange hieß, mit den Taliban setzen wir uns nicht an einen Tisch, keine Friedensordnung mit den Taliban, da hat man jetzt eigentlich eingeschwenkt und überlegt eben doch die Taliban in die neue afghanische Ordnung einzubeziehen. Auch die Frage, wie geht man mit Assad um in Syrien, hat ja auch eine Lösung länger blockiert. Natürlich ist der Gedanke eigentlich unerträglich, dass man mit einem Menschen wie Assad, der sein eigenes Volk abschlachtet, einen Frieden schafft und ihm vielleicht sogar einen Teil seiner Macht lässt. Aber muss es nicht manchmal sein, um wenigstens Frieden zu erreichen? Ja, gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück. Ich finde das Beispiel Bashir Assad, Syrien, sehr spannend, also ich sozusagen aus der Sicht des praktizierenden Diplomaten. Ich glaube, es ist, ich würde Ihnen voll beispringen, zustimmen, wenn Sie sagen, der Gedanke ist unerträglich, dass man mit dieser Figur sozusagen zu Business as usual zurückkehren würde. Aber der Fehler, ja vor sechs oder sieben Jahren gemacht worden, so wie ich das sehe, als westliche Führer, und da können wir deutsche politische Führungspersönlichkeiten gar nicht ausnehmen, als westliche Führer, wie ich finde, relativ leichtfertig, ich würde sogar sagen fahrlässig, jedenfalls ganz schlechte Diplomatie, gesagt haben, Assad muss weg. Das war damals sehr populär, in jeder zweiten Rede hieß es, Assad muss weg. Und wenn man dann nachfragte, aber sagen Sie mal, haben Sie denn mal unterstellt, wir kriegen den weg, egal wie, was ist denn dann, haben wir einen Plan? Haben wir einen verantwortbaren, verantwortungsvollen Plan, was dann in diesem Land passieren soll? Wer macht dann was? Und wer soll da, welche Rolle haben dann die Syrer? Und ich stelle im Rückblick fest, sozusagen selbstkritisch für die ganze westliche Community, keiner hat den vernünftigen Plan, man hat gesagt, der muss weg. Und deswegen ist es natürlich umso peinlicher, wenn wir uns jetzt in einer Lage wiederfinden sollten, wo wir aus Gründen der Realpolitik sozusagen sagen müssen, naja, jetzt sitzt er da weiter, wir haben ihn nicht weggekriegt, jetzt müssen wir mit ihm halt irgendwie umgehen. Deswegen war, glaube ich, der große Fehler, der ist damals gemacht worden, als man solche Sprüche klopfte, ohne zu wissen, ob man aus den Sprüchen Realität werden kann und ohne zu wissen, ob man, wenn man A sagt, auch weiß, wie man dann B sagt. Und deswegen kann ich nur warnen vor solchen lockeren Regime-Change-Sprüchen, die sollte man sich sehr, sehr sorgfältig überlegen. Und deswegen bin ich auch besorgt, wenn ich jetzt in diesen Tagen wieder so Anklänge höre aus bestimmten Washingtoner-Kreisen, die zumindest für meine Ohren so klingen, als dächten da wieder bestimmte Leute an Regime-Change in einer Form, der das Ende resbizephinem nicht umfassend vorher bedacht hat. Jetzt sind wir im Bereich der Realpolitik. Wie sehen Sie es aus historischer Sicht? Na ja, Regime-Change ist natürlich schon etwas, was im Blick auf Deutschland 1918, 1919 passierte. Das fällt nicht schwer, das zu sagen. Die Frage ist, was bedeutet es? Das resbizephinem nehme ich gerne auch sozusagen für die weitere Entwicklung in Deutschland, in der Weimarer Republik, aber auch im europäischen Kontext mit Blick auf das deutsch-französische Verhältnis. Also Regime-Change ist das eine. Das ist die Bedingung sozusagen, an die man den Waffenstillstand schon koppelt im November 1918. Aber was resultiert denn daraus? Es gibt keinen Konsens darüber, wie mit dem sich verändernden Regime in Deutschland, der entstehenden Weimarer Republik denn umgegangen wird, von der man auch überhaupt noch nicht weiß, Anfang 1919, wie sie sich entwickeln, ob sie sich überhaupt politisch stabilisieren würde. Also Regime-Change sozusagen als kurzfristige Politikoption greift zu kurz, wenn sie sich nicht an langfristige Strategien bindet, die es aber auch 1919 in dieser Form nicht gab. Und insbesondere es gab keinen Konsens zwischen den Alliierten über eine solche langfristige Strategie, die im französischen Falle sozusagen primär ausgerichtet war, aus nachvollziehbaren Gründen auf das Ziel sozusagen Sicherheit vor Deutschland, ein für allemal im Grunde genommen, und anderen Überlegungen, nicht zuletzt amerikanisch-wilsonianischer Prägung, sozusagen einer institutionellen Sicherung des Friedens, kollektive Sicherheit auch unter Einbeziehung des deutschen Kriegsgegners, nach dem Regime-Change. Aber das prallte ja aufeinander, führt im Übrigen auch dazu, einer der Gründe, warum die Deutschen überhaupt nicht in Paris eingeladen wären, weil man weiß, die treiben sofort sozusagen den Keil in diese alliierte Uneinigkeit, die eben nicht in der Lage gewesen ist, auch einen langfristigen Konsens, einen strategischen Konsens zu entwickeln. Und das mündet dann in diese Friedensbedingungen des Mai 1919, die ein hochprekärer Kompromiss zwischen den Alliierten sind, an dem die Deutschen überhaupt nicht mehr mitreden können, weil sie diesen Kompromiss sozusagen sofort als solchen prekären Kompromiss entlarvt hätten. Jetzt kommt ein Thema, das mir als Journalist ein bisschen wehtut, da geht es nämlich um die Rolle der Öffentlichkeit. Der andere große Friedenskonferenz war ja die in Wien, der Wiener Kongress 1814, 1815. Zum großen Teil war das Geheimdiplomatie, verschlossene Türen, die Diplomaten, die Könige, Fürsten haben sich da miteinander geeinigt, in einem abgeschotteten Raum. Das ging in Paris so nicht mehr und Wilson wollte es ja auch nicht. Er wollte Schluss machen mit dieser Geheimdiplomatie, die er für schädlich führte, erhielt, weil sie auch in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Also Öffentlichkeit, die Journalisten sind da, berichten täglich. Damit entsteht natürlich etwas Neues. Wir haben eine Rückkopplung mit der Öffentlichkeit in den jeweiligen Ländern. Das setzt die Beteiligten, die Verhandler unter Druck. Wie ist Ihre Einschätzung sozusagen? Hat das letzten Endes dem Ergebnis geschadet? Hat es ihn vielleicht in irgendeiner Weise doch genutzt? Wie war die Rolle der Öffentlichkeit damals? Also ich bin weit davon entfernt, sozusagen den Wiener Kongress als Modell eines Friedensschlusses, eines rationalen Friedensschlusses zu verklären. Den Akteuren 1918, 1919 war genau, für die war genau das der Fall. Da entstehen sozusagen dickleibige Werke im Vorfeld über den Wiener Kongress als gewissermaßen Handlungsanleitung für 1919. Aber wir sprechen nicht nur mit Blick auf die mediale Öffentlichkeit, sondern überhaupt sozusagen auf die entstehenden, auch in den westlichen Gesellschaften, demokratischen Öffentlichkeiten, sozusagen von ganz anderen Bedingungen, auch internationaler Politik als eben 100 Jahre zuvor. Es führt kein Weg mehr zurück. Wilsen macht das mehr als deutlich. Und das geht ja auch nicht nur um Presse und Medien. Es geht um Wahlkämpfe, die in dieser Zeit in Großbritannien, beispielsweise in den USA, sozusagen vor dem Hintergrund der Verhandlungen stattfinden. Und das muss man aber, glaube ich, verbinden einmal mehr mit diesem Argument, sozusagen des nur wenige Wochen zurückliegenden Kriegsendes und der Kriegserfahrungen und vor allem der Friedenserwartungen vor dem Hintergrund dieses Krieges, die gewissermaßen eins zu eins auch über Wahlkämpfe in die Verhandlungen einfließen und die handelnden Akteure unter sozusagen einen permanenten Rechtfertigungsdruck auch setzen gegenüber ihren heimischen Öffentlichkeiten. Und der Erfahrungsschatz sozusagen auch mit Öffentlichkeit, mit medialer Öffentlichkeit in dieser Form und in dieser brisanten Konstellation am Ende des Ersten Weltkrieges umzugehen, die existierte natürlich auch schlicht nicht. Es ist auch ein Lernen, am Ende auch ein Lernen bei Trial and Error, ein Lernen sozusagen im Friedensschluss oder im Prozess des Friedensschließens sozusagen mit solchen Öffentlichkeiten, öffentlichen Stimmungen, Meinungen, Emotionen, hochgradigen Emotionen umzugehen. Da gibt es keine Erfahrungswerte, es gibt nichts. Wien ist eben sozusagen 100 Jahre her, es gibt nichts, woran man anschließen könnte. Man hat nicht lernen können und das wirkt sozusagen ein, das wirkt natürlich nicht nur auf Seiten der Sieger, sondern auf Seiten der Verlierer, nicht nur des Deutschen Reiches, auch der anderen Verlierergesellschaften massiv ein auf diesen Friedensschluss und auch eben auf die Frage Akzeptanz dieses Friedensschlusses. Am Ende sind alle Erwartungen sozusagen nicht erfüllt worden. Und zwar nicht nur die Unzufriedenheit mit dem Vertrag ist ja auf der Verliererseite nicht weniger groß als auf der Siegerseite. Es gibt doch schon wenige Wochen nach den Unterschriften unter die Verträge keinen mehr, der ernsthaft diese Verträge verteidigt, der sich diese Verträge, diesen Friedensschluss zu eigen macht. Das reicht ja weit und geht weit über sozusagen die deutschen Kritiker hinaus. In Großbritannien, Keynes und in Frankreich und in Italien. Der Ministerpräsident Nitti, der selbst den Vertrag unterschrieben hatte, distanziert sich innerhalb kürzester Zeit. Also offensichtlich hat man, und das hat etwas sozusagen mit diesem Erwartungsdruck auch zu tun, dem öffentlichen, dem medialen Erwartungsdruck zu tun, hat man gar keine Chance, sozusagen einen stabilen, langfristig stabilen und akzeptierten Frieden unter diesen Bedingungen hinzubekommen. Ja, pervertierte Öffentlichkeit, das ist die Inszenierung. Und die kennen wir ja jetzt auch gerade von Trump. Seine Friedensgespräche mit Kim Jong-un bereitet er ja per Twitter vor. Und dann gibt es ein großes Treffen in Hotels. Und es ist eine reine Inszenierung, bei der am Ende nichts oder wenig rauskommt. Und glauben Sie, dass sozusagen Twitter ein Verfahren für Diplomatie ist, das irgendwann zum Frieden führen kann? Oder ist es letztendlich ein großer Irrweg der Geschichte? Also ich habe da sozusagen zwei Seelen in meiner Brust. Zunächst einmal denke ich jetzt vom Standpunkt des Diplomaten, der Verhandlungen zu führen hat. Natürlich haben wir da ein Interesse, dass wir solche Verhandlungen ohne Öffentlichkeit führen können, dass wir sie vertraulich führen können, notfalls auch geheim führen können. Ich habe große Sympathie gehabt mit den Unterhändlern etwa der EU, als es um die Verhandlungen über TTIP ging und als in unseren Öffentlichkeiten der Ruf laut wurde, wir wollen jeden einzelnen Schritt sofort und genau öffentlich nachverfolgen können. Das ist, glaube ich, kein gutes Rezept, um erfolgreiche Verhandlungen führen zu können, wenn auch die andere Seite sozusagen Motive, Alternativen, Optionen jeden Tag aus der Presse erfährt. Also ich glaube, es ist für erfolgreiche Verhandlungen wichtig, ein gewisses Maß an Vertraulichkeit oder auch Geheimhaltung zu ermöglichen. Jetzt kommt aber der zweite Punkt. Der zweite Punkt lautet, so wie die Dinge heute sind, und der Herr Konze hat ja schon gezeigt, hier gibt es eine Entwicklungslinie aus dem Wiener Vorgang zu dem Versailler Vorgang, und das setzt sich natürlich weiter vor. Es bleibt nichts geheim. Wenn es 1919 noch vielleicht den einen oder anderen Gesprächskanal im Hinterzimmer gegeben haben mag, das bleibt heute alles nicht mehr geheim. Früher oder später steht es dann im New Yorker oder in der FAZ oder sonst irgendwo. Im Spiegel vielleicht auch. Oder im Spiegel. Ja, ich wollte Sie jetzt als neutrale Figur hier rauslassen. Das heißt, der Unterhändler heute muss sich so verhalten bei seinen Verhandlungen, dass er auch damit, er darf sozusagen nicht politischen Selbstmord begehen, indem er in den Verhandlungen irgendetwas sagt, vertrauend auf die Vertraulichkeit, aber wissend, dass es möglicherweise vom Gegner oder von irgendjemandem morgen oder übermorgen über Twitter oder über den Spiegel oder sonst wie in der Öffentlichkeit landet. Das heißt, die Öffentlichkeit ist nicht mehr hinwegzubeten. Und du musst eben bei allem, was du da sagst, vorschlägst, ablehnst, dir darüber im Klaren sein, das kann unter Umständen übermorgen in der Öffentlichkeit landen. Kann ich das dann mit gutem Gewissen notfalls begründen, erläutern, verteidigen? Das macht zugegebenermaßen solche diplomatischen oder internationalen Verhandlungen heute ein bisschen schwieriger als zu einer Zeit wie, was weiß ich, 1814, wo man wahrscheinlich tatsächlich noch gewisse Gespräche führen konnte, ohne dass einer mitgeschrieben hat und ohne dass einer direkt nach zehn Sekunden schon die erste Twitter-Meldung abgesetzt hat. So ist es halt heute. Wenn ich das noch ergänze, man kann die Argumentation natürlich noch weiterführen, sozusagen nicht nur auf die Frage der Geheimhaltung von Verhandlungen und den Praktiken, sozusagen das Whistleblowing, das Leaking, das ist auch in Paris 19 schon praktiziert worden. Aber wie ist es denn möglich oder ist es möglich, sozusagen unter diesen Bedingungen auch gewissermaßen zwei Klaviaturen gleichzeitig zu spielen? Da haben Sie, wenn man die französische Politik beispielsweise ansieht, auf der einen Seite diese fürchterliche Szene am 28. Juni 19 in Versailles, als die deutsche Delegation an diesen schwerst gesichtsverletzten französischen Soldaten vorbeimarschieren muss, diese berühmten Gölkassee, sozusagen das ist das Signal in die Öffentlichkeit. Jetzt kommt euer Frieden, das ist die Rechtfertigung für euer Leiden. Und kann man zur gleichen Zeit sozusagen sich in das stille Kämmerchen zurückziehen und einen Frieden des Ausgleichs, möglicherweise sogar der Versöhnung schließen? Das scheint mir unmöglich zu sein und das ist sozusagen eine Dimension auch von Öffentlichkeit, nicht nur medialer Öffentlichkeit, da geht es auch um symbolische Politik, da geht es um Public Diplomacy, die in diese Gesellschaften hineinwirkt, die sicherlich zu den entscheidenden Faktoren gehört, warum dieser Frieden so kurzlebig ist und warum er eben auch nicht auf Akzeptanz stößt und zwar schon unmittelbar nach der Unterzeichnung in den frühen 20er Jahren. Herr Kuppi, darf ich eine kleine, kann ich in einer Minute machen, eine kleine Anekdote dazu ergänzen. Also ich hatte ja das Privileg oder das Vergnügen für die Bundesrepublik Deutschland an den bosnischen Friedensverhandlungen in Deten 1995 teilzunehmen. Die verhandelnden Parteien haben damals am ersten Tag sich gegenseitig hochheilig geschworen, null Presse. Man war ja auch auf dieser Airbase, da gab es weit und breit keinen Journalisten, der Zugang hatte. Null Presse. Es wird niemand vorab unterrichtet. Ich habe mich daran auch gehalten, also bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Dann stellte ich aber fest, am Ende der zweiten Woche, der Prozess dauerte dann leider drei Wochen, hatte ich abends die Notwendigkeit, mich kurz mit dem amerikanischen Chefunterhändler Richard Holbrook abzustimmen und bin, ich glaube, ohne Anklopfen in sein Zimmer, in sein Dienstzimmer gelandet. Da saß tatsächlich einer von der New York Times. Und ich sagte dann hinterher, aber wieso denn die New York Times? Ich dachte, wir wollten hier keine Presse haben. Also ich will die Geschichte abkürzen. Holbrook hat, wissend, dass er unsere Absprache brach, mit der New York Times ausführliche Gespräche geführt, weil er glaubte, fürchten zu müssen, dass das Ergebnis möglicherweise in Washington mit weniger Freude und Enthusiasmus aufgenommen werden würde und dass er das durch eine entsprechende Pressedarstellung in die richtige Richtung schieben müsse. Also, was will ich damit sagen? Die Presse ist ja in diesen Fällen nicht nur eine Nusance und ein möglicherweise notwendiges Übel, sondern die Presse kann natürlich auch ein fulminantes, fabelhaftes Instrument sein, um bestimmte Ergebnisse tatsächlich unterstützt zu bekommen, wenn man da einen gewissen Twist, eine gewisse Präsentation imstande ist, zu präsentieren. Man kann aber natürlich die Presse auch im negativen Sinne nutzen, um bestimmte Ergebnisse zu sabotieren, zu verhindern, die Dinge in eine andere Richtung zu bringen. Also es geht nicht mehr ohne Presse. Und ich glaube, wenn heute in der modernen Diplomatie Trump Twitter benutzt, ich bin der Meinung, das, was er macht, ist Top-Down-Diplomatie. Das ist in den meisten Fällen falsch. Ich glaube, im Falle Nordkoreas... Wir müssen das jetzt abkürzen, weil wir jetzt... Ja, natürlich. Im Falle Nordkoreas, glaube ich, wäre es viel klüger, wenn hier sachkundige Emissäre miteinander reden würden und ein Ergebnis dann zur Absegnung den Chefs vorlegen würden. Das ist der klassische Vorgang. Diese Top-Down-Diplomatie, anschließend Tweets, der Beweis, dass das funktioniert, ist von Trump bisher noch nicht erfolgreich angetreten worden. Ja, eine Frage an Sie beide jetzt, weil man kann ja bei so einem Anlass nicht über China reden. China war auch Partei in Versailles und sozusagen eine relativ kleine Partei. Sie hatten, glaube ich, Arbeiter geschickt, die bei der Schanzung und so weiter geholfen hatten und galten deshalb auch als Sieger, wurden zu den Siegern am Rande jedenfalls dazu gezählt und kamen mit großen Hoffnungen nach Versailles, weil sie wollten Shantung zurückhaben. Das war eben deutsche Kolonie. Den Deutschen wurden die Kolonien alle weggenommen und dann war nur die Frage, an wen gehen sie. Und die Chinesen gingen ja wie selbstverständlich davon aus, das geht an uns zurück. Und dann landete es bei Japan. Und für die Chinesen eine brutale Enttäuschung, die, wie ich gelesen habe, bis heute wirkt, dass eigentlich damals China sozusagen das Grundvertrauen in den Westen verloren hat, das Vertrauen, dass man sich auf die verlassen kann. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang in seinen langen Linien, in seinen Wirkungen bis heute? Also gibt es mehrere Linien. Die Demütigung, die Enttäuschung 1919 war natürlich enorm und mündet ja sofort auch zu massiven nationalen Protesten. Die berühmten Unruhen des 4. Mai 1919, im Grunde der Beginn der modernen chinesischen Zeitgeschichte als eine Geschichte sozusagen der reaktiven Abgrenzung vom Westen, auch im Übrigen sozusagen der völligen Diskreditierung von Wilson mit seinen Ideen. Am Beispiel Shantung wird sozusagen deutlich für die Chinesen, darunter auch den jungen Mao, wie nördlich, wie auch rassistisch diese Ideen gewissermaßen des Selbstbestimmungsrechts sind, wie sie sozusagen von Machtinteressen mit Blick auf den asiatisch-pazifischen Raum geleitet sind und unter Bedingungen sozusagen artikuliert werden, die dann für dieses legitime chinesische Interesse überhaupt keinen Raum mehr lassen. Also diese Abgrenzung tatsächlich, diese Absetzung vom Westen, auch von den Vereinigten Staaten von Wilson ist ursächlich darauf zurückbeziehen und die wirkt sozusagen als nationale Demütigung im kollektiven Bewusstsein bis heute. Ich hatte vor vier Jahren das Vergnügen, an dem Internationalen Historikertag erstmals in China abgehalten teilzunehmen. Der fand nun überhaupt nicht zufällig in Jinan statt, der Hauptstadt von Shantung und in jeder Rede sozusagen eines chinesischen Offiziellen wurde genau an 1919 erinnert. Also das ist sozusagen präsent, hat eine historische Wirkung schon in der Zeit, hat aber auch Wirkungen sozusagen in der Artikulation eines gegenwärtigen chinesischen Selbstbewusstseins, das sich eben auch aus diesen Demütigungserfahrungen nicht zuletzt im Kontext von 1919 speist. Dann noch eine andere Frage an Sie, Völkerbund, noch am Ende. Das war ja ein Versuch in Multilateralismus, der dann gescheitert ist, letzten Endes die UNO ist der zweite Versuch. Ein Professor aus Singapur, ein Politologe, vertritt ja die Meinung, wenn der Westen es ernst meinte mit dem Multilateralismus, dann würde er die Vollversammlung der UNO ernst nehmen, würde ihr Einfluss und Macht geben, weil das, sagt er, ist das Parlament der Welt und das kann nicht der Westen dominieren. Was würden Sie sagen? Wäre das ein richtiger Weg? Ich glaube, der richtige Weg ist in der Tat ein entschlossenes, ein hoffentlich entschlossenes Eintreten des Westens, einschließlich übrigens des zurzeit nicht ständigen Mitglieds im Sicherheitsrat Bundesrepublik Deutschland, für eine Reform der Organisation. Ich persönlich denke, unser Eintreten für eine Reform der Vereinten Nationen sollte völlig unabhängig von der Frage geführt werden, ob es sinnvoll, richtig, ob es einen Anspruch geben könnte für eine deutsche Mitgliedschaft im Kreis der ständigen Mitglieder. Das hat ja das deutsche, außenpolitische Denken in den letzten 20 Jahren, wie ich finde, außerordentlich fehlerhaft dominiert. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht um die Frage, ob Deutschland einen ständigen Sitz hat, also es geht um die Frage, gibt es Möglichkeiten, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und dessen Blockierung die Vereinten Nationen insgesamt handlungsfähiger, entscheidungsfähiger, als sie es zurzeit sind, zu machen. Da gibt es das Thema Erweiterung, wieso ist Indien, wieso ist Japan, wieso ist Brasilien bis heute nicht im Kreise der ständigen Mitglieder und so weiter und so weiter. Also ja, ich finde das ein außerordentlich wichtiges Ziel. Wir haben leider nur diese Vereinten Nationen und ich sehe nicht, dass man etwas Neues, Besseres schaffen könnte, also muss man versuchen, das, was ist, zu reformieren. Und ich glaube, unser Eintreten für Reform der Vereinten Nationen ist dann glaubwürdiger, wenn wir es nicht mit eigenen machtpolitischen Zugewinnfantasien verbinden, die ich ohnehin für unrealistisch halte. Gut, dann sind Sie jetzt gefragt mit Ihren Fragen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für das faszinierende Gespräch. Almut Möller, European Council on Foreign Relations. Herr Ischinger, Sie haben gesagt, wir wissen noch nicht, wo die Amerikaner sich hinbewegen. Vorausgesetzt, Sie ziehen sich aus Europa zurück. Was wäre aus Ihrer Sicht, was wären die drei wichtigsten Voraussetzungen, die mindestens erfüllt sein müssten, damit wir Europäer überhaupt eine Chance haben, ein belastbares System für Sicherheit auf unserem Kontinent zu entwickeln? Vielen Dank. Ja, würde ich sagen. Naja, ich würde zunächst mal sagen, so wie die Dinge heute sind, sehe ich die Voraussetzungen dafür, dass wir sicherheitspolitisch mit Sicherheit überleben, uns verteidigen, unsere Interessen machen, die sehe ich auf absehbare Zeit nicht gegeben. Das heißt, ich gehöre zu der Denkschule, die sagt, wir müssen fast alles, vielleicht nicht alles, aber fast alles unternehmen, um den Totalrückzug der USA nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich kann den Ersatz für die Nordatlantische Allianz, einschließlich der nuklearen Frage, im Augenblick nicht erkennen. So, nachdem ich das gesagt habe, sage ich aber hinzu, natürlich ist es nicht verkehrt, wenn man ohne amerikanisches Vertrauen zu riskieren, in Europa darüber nachdenkt, in welchen Bereichen könnten wir tatsächlich einen stärkeren eigenen Beitrag zu leisten. Ich will jetzt gar nicht auf die leidige 2-Prozent-Debatte rekurrieren, aber es gibt natürlich beispielsweise auch europäische Nuklearmächte. Und die Frage, ob es in fernerer Zukunft, wenn man nicht nur kurz, sondern mittel- und langfristig denkt, ob es vorstellbar sein könnte, dass es eine Möglichkeit des nuklearen Schutzes für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben könnte, für den Fall, dass die USA nicht mehr bereit sein sollten, diese klassische Artikel-5-Rolle im Nordrheinland-Bündnis auszuüben, diese Frage zu stellen, halte ich für legitim und richtig. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass man hier über Dinge redet, die vielleicht im Zeitraum von Generationen realistisch oder sinnvoll sein könnten. Kurzfristig, glaube ich, müssen wir alle Anstrengungen, alle politischen Anstrengungen daran setzen, die USA als European Power, so hat es übrigens genau der von mir vorhin schon zitierte Richard Holbrook in einem Artikel in Foreign Affairs 1993 oder so formuliert, the United States as a European Power. Wenn es uns gelingt, das Interesse der USA an Europa as a European Power zu erhalten, dann haben wir die halbe Miete schon erzielt. Hier vorne und dann Sie dahin. Christopher Marschall vom Tagesspiegel. Ich wollte gerne den Titel, die Friedensordnung von Paris um 100 Jahre nach vorne drehen. Es gab nochmal eine Friedensordnung von Paris, nämlich nach dem Ende des Kalten Kriegs 1990, die Charta von Paris. Eine ganz entscheidende Frage war damals die freie Bündniswahl, die souveräne Unabhängigkeit, das Ende der Akzeptierung, dass es berechtigte Einflusssphären gibt, die auf Kosten der nationalen Souveränität von Nachbarn gehen. Und das verbinde ich dann, Herr Konze, mit Ihrem Hinweis auf die Unterstützung der Öffentlichkeit. Ich bin sozusagen hin und her gerissen, auch jetzt nach dem Moskau-Besuch. Also war jetzt mehrere Tage in Moskau. Ich bin erschreckt, wie auf Revision der heutigen Landkarte diese ganze Gesellschaft getrimmt ist, auch die intellektuellen Kreise und so weiter. Und woran liegt das? Also ist es mehr dieser Gedankengang, naja, wir haben den Russen nicht genügend entgegengekommen oder ist es nicht gerade umgekehrt? Wir haben selber unser Prinzip vergessen, verteidigen es nicht, setzen es nicht durch. Es ist ja sehr selbstverständlich, dass die Russen das nicht toll finden, wie sich die Landkarte nach 1989 entwickelt hat. Aber tun wir genug, um das Prinzip, das wir 1990 etabliert haben, in der Öffentlichkeit zu verteidigen? Und das geht dann historisch bis zu der Frage, wäre es eine gute Idee, zum Beispiel den 80. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes in Deutschland mit den Russen, also den Präsidenten einladen, zu sagen, lasst uns als Deutsche und Russen mal gemeinsam auf diesen Hitler-Stalin-Pakt zu einem runden Jubiläum schauen. Und mit den Ost- und Ost-Mitteleuropäischen und Südost-Europäischen Staaten sozusagen. In der Tat, ich meine, das ist ja das Dilemma auch der Entwicklungen nach 1990, sozusagen der Versuch, wir haben gestern Abend ja sehr intensiv darüber gesprochen, sozusagen im Kreis der Großmächte unter Einbeziehung dann auch der Bundesrepublik, eine stabile, auch sozusagen langfristig funktionierende europäische und internationale Ordnung zu etablieren. Aber wir haben gestern Abend auch relativ wenig über die Staaten in Ost-Mitteleuropa, die baltischen Staaten, die Staaten Südost-Europas gesprochen und sozusagen deren nicht nur Perspektive, sondern sozusagen legitime Interessen, nicht nur gestern Abend, sondern auch in den Entwicklungen um 1990, eher reduziert und kleingeschrieben. Und ich finde immer wieder, ich will nicht sozusagen ausschließlich parallelisieren, aber sozusagen die Dynamiken der gerade auch ost-mitteleuropäisch, südost-europäischen Befreiung aus imperialer Herrschaft 1919 wie 1990, setzt natürlich auch Kräfte und Energien frei, die auch 1990 nach Berücksichtigung verlangten. Und ich bin mir nicht immer sicher, sozusagen, ob diesen Interessen tatsächlich so begegnet worden ist, wie es für eine stabile Ordnung, das bezieht sich nicht nur auf Frage EU- und NATO-Osterweiterung, nützlich gewesen wäre. Die Dame hinter Ihnen. Nein, das, ja. Dann erst Sie und dann die Dame vor Ihnen. So machen wir es dann. Nathalie Nuggerett von The Guardian. Herr Ischinger, ich komme vom Guardian. Ich habe nur eine kurze Bemerkung zu etwas, was Sie gesagt haben in Bezug auf Syrien. Ich habe Sie so verstanden, dass der Westen hier einfach den Regimewechsel eingefordert hat und das zu kurz gefasst hat. Ich denke, das ist eine Kurzversion der Ereignisse und reduziert die Realität dessen, was tatsächlich passiert ist. Ich möchte Sie nur alle daran erinnern, dass die Syrer demonstriert haben. Tausende von ihnen sind monatelang auf die Straße gegangen, von Mitte März 2015 und das monatelang. Sie wurden beschossen von Assads Armee. Erst dann haben Obama, Merkel und Hollande eine gemeinsame Erklärung verabschiedet am Ende August 2011. 2011 und sie haben gesagt, Assad muss weg. Und diese politischen Führer haben lange gewartet, um eben nicht Regimewechsel zu stark durchzudrücken, sondern zunächst einmal Reformen vielleicht anstoßen zu können. Also der Westen wollte nicht sofort den Regimewechsel. Sie haben versucht, so zu agieren, dass sie Verständnis zeigen für das, was die syrischen Menschen auf die Straße gebracht hat. Also hier müssen wir sehr vorsichtig sein, zu schnelle Formeln zu verkünden hinsichtlich Regimewechsel. Das ist genau das, was die Desinformationsnetzwerke ständig diskutieren. Da kommt man auch zu schnell zu einem Vergleich zum Irak. Meine Frage. Wir reden ja über die internationale Sicherheitsarchitektur. Wir denken an die Gemeinschaft der Nationen. Würden Sie sagen, dass unsere internationale Sicherheitsarchitektur, so wie wir sie kannten, bis in die jüngste Zeit hinein, in Syrien zerbrochen, zerfallen ist. All die internationalen Normen, die Normen der UNO, die internationalen Konventionen, das Chemiewaffenverbot, das humanitäre Völkerrecht. So viele Regeln hatten wir doch. Und wir haben gedacht, das gelingt uns, solche Dinge zu verhindern. Und denken Sie, dass im syrischen Drama all diese Regeln gescheitert sind. Und ich will das heute erwähnen, weil genau während wir hier sitzen, gibt es wieder dramatische Ereignisse in diesem Teil der Welt, die sich auf uns auswirken können. Der syrische Zerfall unserer internationalen Normen ist vielleicht der Vorgänger gewesen, dafür, dass unsere eigene europäische Sicherheitsarchitektur zum Scheitern verurteilt war, angesichts der ukrainischen Ereignisse. Also denken Sie nicht, dass hier die internationalen Normen geschaffen von den Vereinten Nationen tatsächlich gescheitert sind in Syrien. Eine sehr lange Frage. Wir brauchen eine kurze Antwort. Ich werde es versuchen, ganz kurz zu machen. Ich denke nicht, ich kann Ihnen vollkommen zustimmen. Aber Tatsache ist und bleibt, dass unsere Führer auch einschließlich einiger deutschen Führungspersönlichen gesagt haben, Assad muss weg, ob man das jetzt nur Regimewechsel nennt oder nicht. Aber es ist eine Tatsache, dass das gefordert wurde. Und ich kritisiere das nicht mal, denn ich denke schon, dass da furchtbare Sachen passiert sind. Nur wenn man das sagt, als Vertreter einer Regierung oder als Gruppe von Regierungen, wenn man das sagt und dann nichts macht, einfach sich zurücklehnt und wartet, dass andere etwas machen, dann ist das unverantwortlich international gesehen. Ich beschuldige unsere westlichen Regierungen, nicht gehandelt zu haben. Wenn Sie es ernst gemeint hätten, hätten Sie sehr leicht diesen größeren, furchtbaren Konflikt vermeiden können. Sie hätten dazu schon früh zusammenarbeiten müssen. Sie hätten sich einbringen müssen in diesen Konflikt, als es noch eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen bürgerlichen Kräften, bevor die ganzen Terroristen dort die Katastrophe erzeugt haben, die wir jetzt schon seit Jahren erleben. Also meine Kritik geht an die Tatsache, dass wir etwas gesagt haben, aber nichts getan haben. Das ist schlechte Politik. Und dann der Herr dort. Und Sie als Letzter. Elisabeth, bei Rusi nochmal. Eine Frage zur Pariser Friedensordnung. Heute sieht ja Aggression anders aus. Also nicht so oft Krieg, sondern mehr Aggression, die kein Krieg ist. Also Cyberangriffe, Wahlmanipulation und so weiter. Da denke ich, ist die Diplomatie gefragt und daher meine Frage an Sie beide. Wie kann die Diplomatie, also können Diplomaten heute neue Verträge aushandeln, sodass zum Beispiel Cyberangriffe verboten werden? Also ist das überhaupt möglich und wie sollte sowas aussehen? Weil sonst, aus meiner Sicht, werden wir in einer Wirklichkeit leben, wo wir weder Krieg noch Frieden haben. Also keine Friedensordnung. Bitte, Herr Konz. Ganz knapp, nur ganz kurz. Diplomatie, Außenpolitik, aber Diplomatie nicht zuletzt ist auch ein lernendes System. Und Paris 1919 zeigt, dass Diplomatie, dass internationale Politik nicht über die Möglichkeiten, auch die kognitiven Möglichkeiten, verfügte unter revolutionären Bedingungen vor dem Hintergrund sozusagen eines viereinhalbjährigen technisch-industriellen Massenvernichtungskrieges Frieden mit traditionellen Instrumentarien zu schließen. Das ist sozusagen genau Ihr Punkt, Diplomatie als lernendes System, das in Paris zumindest relativ versagt hat 1919, weil es nicht in der Lage war, auch in der Kürze der Zeit und unter dem sowohl Erfahrungs- wie auch Erwartungsdruck der Situation am Ende des Ersten Weltkrieges mit den Herausforderungen sozusagen eines Friedensschlusses unter neuen, modernen Bedingungen umzugehen. Ich würde nur ganz kurz ergänzen, weil Sie die Fragen uns beide gestellt haben, Kriege und Konflikte in der Tat sind die letzten mehreren hundert Jahre im Wesentlichen durch die Entwicklung kinetischer Energie, also durch das Schießen, ausgetragen worden. Wir wandern jetzt in eine Situation hinein, in der in der Tat hybride Situation, in der möglicherweise gar nicht geschossen wird, sondern der Macht des einen über den anderen, Dominierung des einen durch den anderen, durch andere Mittel als kinetische Energie. Cyber haben Sie erwähnt, Manipulation von Fakten, Beeinflussung großer Bevölkerungsmehrheiten mit Mitteln, die eben zur Zeit des Versailles-Vertrags noch nicht zur Verfügung standen. Ja, Diplomatie muss sich aber natürlich auch mit diesen neuartigen Formen auseinandersetzen und ich sehe keinen prinzipiellen Grund, warum es nicht möglich sein sollte, beispielsweise Cyber-Normen international festzulegen, so wie das in anderen Bereichen auch war. Das ist zwar schwieriger als in den Bereichen, in denen Sie tatsächlich feststellen können, ob ein Projektil hier in die Wand eingeschlagen hat oder nicht, aber ganz unmöglich ist es nicht und darum müssen wir uns bemühen. So jetzt bitte eine kurze Frage. Ja, ganz kurze Frage. Der Syrien-Konflikt hat ja auch viel mit Dürre zu tun, mit Landflucht in Syrien, das heißt mit durch das Klima induzierten Bedingungen und da würde meine Frage an Herrn Ischinger gehen, eine neue Weltfriedensordnung, welchen Stellenwert würde da der Klimaschutz haben? Der scheint mir hier immer abwesend zu sein, dabei haben wir es mit Wanderungsbewegungen zu tun, die ein großes Ausmaß erreichen. Also ganz kurz, uns läuft ja die Zeit weg. Wir haben in diesem Jahr nach reiflichen Überlegungen, nach langem Zögern auch, das Thema Klima und Sicherheit zum ersten Mal in 55 Jahren, so lange gibt es die Münchner Sicherheitskonferenz schon, in das Hauptprogramm der Konferenz mit einbezogen. Da hat der hier in Potsdam sitzende Professor Schellenhuber einen ziemlich dramatischen Aufruf gestartet. Erster Teil meiner Antwort, zweiter Teil meiner Antwort, ebenfalls bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist von einer Reihe von früheren Entscheidungsträgern, also da gehörte Madeleine Albright dazu, Karl Bild aus Schweden, verschiedene andere, ich persönlich auch. Wir haben eine Declaration of Principles dort verabschiedet und vorgestellt, die Sie nachlesen können, googeln können, mit Prinzipien für eine künftige Weltordnung, also das ist alles, was gut und teuer ist da drin, von Self-Determination über Nichtbeeinflussung und friedliche Konfliktbeilegung und Klima. Das finden Sie natürlich in grundsätzlichen Dokumenten oder Aufrufen, die vor 10, 20 oder 30 Jahren verabschiedet worden wären, noch nicht. Insoweit, ja, Sie haben recht, Klima gehört ab sofort, spätestens ab sofort, zu den Determinanten einer zukunftsgerichteten Friedens- und Stabilitätspolitik. Haben wir noch Zeit für eine Frage oder müssen wir Schluss machen? Ganz kurz noch, ja. Herr Ischinger, können Sie sich irgendeine Konstellation vorstellen, in der Russland und die Ukraine in einer Art Friedensvertrag sich über den Status der Krim einigen? Ich kann mir das eigentlich nicht und dann stellt sich doch die Frage, ob wir nicht tatsächlich, so wie Sie gesagt haben, in einer hybriden Situation sind, wo wir lernen müssen, mit solchen ungelösten Konflikten zu leben und dass Diplomatie eben nicht nur ein lernendes, sondern aus strukturellen Gründen manchmal auch ein verlernendes System ist. Dankeschön. Ach, wissen Sie, die Deutschen haben in der Diplomatiegeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg eins gelernt, jedenfalls nehme ich das für mich in Anspruch, nämlich wenn ein Problem nicht lösbar erscheint, dann wollen wir es ja nicht vergessen, dann wollen wir es erst mal ausklammern oder zur Seite stellen, ohne es zu vergessen. Das war die Methode, mit der die Frage über die Zukunft der beiden deutschen Staaten in den 70er Jahren elegant ausgeklammert werden konnte. Beide deutsche Staaten wurden in den Vereinten Nationen aufgenommen, ohne dass diese Grundsatzfrage geklärt war. Also möglich, geschickte Diplomatie kann vieles erreichen. Zweiter und letzter Punkt, den ich sagen würde, wenn es eine optimistische Lehre aus der deutschen Geschichte der letzten Jahre, Jahrzehnte ist, dann doch die Einsicht, in den internationalen Beziehungen gibt es nichts, was nicht unmöglich ist. Und selbstverständlich ist es theoretisch möglich, ist es praktisch, also wahrscheinlich, da würde ich auch sagen eher nein, aber theoretisch ist es natürlich nicht unmöglich, dass es zu einer Einigung zwischen Russland und der Ukraine kommt. Ich halte es sogar für wünschbar. Wir Deutschen haben doch die Erfahrung gemacht, wir haben die Wiedervereinigung auch für praktisch, jedenfalls zu unseren Lebzeiten nicht für machbar gehalten. Nein, es ist ja gekommen. Und vielleicht werden wir in ein paar Jahren überrascht durch einen Friedensschluss zwischen Moskau und Kiew. Es wäre doch schön. Ja, wir haben gerne mit Ihnen diskutiert. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.